Es geht weiter mit One Piece, mit den letzten Inseln und nehmen mir das Musti, der mir hilft, weil ich nicht mal weiß, wie das alles funktioniert. Du hast das Wichtigste vermissen. Danke für die Hilfe. Meine Datei. Nein, ich meine, wir wollen doch nicht sehen, dass du alles schon durchgebrochen hast. Ja, ich habe die Save-Stattung Musti bekommen, wo er alles gemacht hat. Jetzt werden wir das einfach nur für die ganzen Leute, die das wissen wollen, wie das alles aussieht, komplett zeigen. Und los geht's einfach mal. Drück weiter, schnell, schnell, schnell. Soll ich hier mit Chopper spielen? Was? Soll ich mit Chopper hier spielen? Ja. Ach, muss ich ja. Aber du hast ja alles lesen. Nein, das lesen kann man... Das kann ich dir selbst lesen. Ich habe mir keinen anderen Verbeten als Abonnenten. Als er es gelesen hat, er hat sowieso noch so ein größter Fett, der will Schatztruhen einfach ohne Essen. Er will einfach Schatztruhen essen. Das war lecker. Das ist klar. Ja, mit dem Ding. Dann bist du halt... Warte, du bist ja overleveled, oder nicht? Ein bisschen, ja. Ja, egal. Mit Chopper weiß ich nichts. Egal, besieg... Besieg dir einfach. Das ist dann besser. Es werden insgesamt vielleicht nur zwei Parts sein. Also Part 14 und 15 mit dem Projekt. In diesem Part werden ich schon musste das komplettieren. Und dann sind alle glücklich. Also ich bin glücklich mit dem Projekt dann. Ah ja, hast du den zweiten Teil eigentlich schon runtergeladen? Mit der zweiten Teil? Es gibt von Gigant bei der zweiten Teil schon. Was? Ich habe schon gefunden. Was? Okay, das spiele ich als nächstes. Und dann höre ich mich dran. Aber das ist... Das auf Japanisch, nicht auf Deutsch. Also dann warte ich so. Ich habe auch... Ich habe ganze gedacht, jetzt kommt noch auf Deutsch, aber jetzt kommt noch... Ja, auf Japanisch. Ja, das ist ja auch nicht so vor kurzem aufgekommen. Doch, vor kurzem erst. Nein, ich meine das hier. Ja, okay. Aber trotzdem, ein bisschen... Ach du Scheiße. Komm noch mal... Ah, das war die Spezialitake, oder? Ja, die vor Woche noch eins. Achso, okay. Und noch was zu ankündigen. Ich habe mir Boxen geholt, damit das Sound von dem Video... Also von der In-Game-Sound ein bisschen lauter wird. Und ja. Jetzt hört ihr One Piece Musik vielleicht etwas lauter. Vielleicht habt ihr es auch nicht gemerkt, dass es leiser ist, aber es ist jetzt lauter. Naja, es geht jetzt einfach mal weiter mit dem Projekt. Hast du gerade gebufft? Rumble. Rumble Ball. Okay, jetzt... Scheiße. Niemals. Ach, Juwel. Was hast du... Hast du gerade W-W gesagt? Juwel. Achso. Ey, der hat doch gerade Avatar gesagt. Nein. Weiß ich nicht. Okay, jetzt war so... Jetzt gibt es den Spezialitake. Ja, ich habe... Egal, das kann man auch als Spezialitake ansehen. Bisschen, bisschen. Ja, ist der Rumble. Ach, er war Level 33. Hm, geht doch. Die Garniste Insel ist oben, oder? Äh, war mir oben? Ich glaube schon. Ohne, oben war mir noch nicht. Wir waren gerade in der Insel. Guck mal, wenn wir das durchge... Wenn wir das fertig haben, dann können wir nach links... Ah, dann ist es, glaube ich, ein Geheimweg. Ja, ist auch. Lass erstmal die Anzeigen. Ja, okay. Mit Aces. Ja, ja, da muss man... Warte, ich glaube, da ist jemand gerade gekommen. Okay. Wieso machst du es so langsam? Ja, damit die anderen das lesen können. Ja, wozu gibt da YouTube den Stopp? Ja, Pause. Weiter, Pause. Weiter. Ja, so, das... Voll nervig. Ja, hallo, hallo. Zeiten sollen pro sein, dass ich das mache. Ich bin der Einzige bisher, dass es macht. Vielleicht haben wir es anders gemacht. Hm? Vielleicht haben wir es anders gemacht. Vielleicht haben wir es ja bettelt. Ja, wir machen einfach andere Namen dazu. Und also, dass es originell wird, oder wie? Ey, wer kommt denn jetzt da hinten? War es die Spezialtacke? Ja. Die... Hast du die... Das war nur zwei... Eine. Was ist das? Da sind gerade zwei weggegangen da oben. Von dem Feuer teilen. Kann gar nicht sein. Ich habe besiegt es einmal. Achso, ja, okay, da sieht man das auch. Ach, du Scheiße, Mann. Ich weiß jetzt schon, dass es sehr viel MB... MB haben wird. Na, ich bin mal für den Besiegt. Verdammt. Wer hat ihn jetzt besiegt? Warte, wer hat ja meistens Punkte hat, oder? Ja, ich bin ja nicht noch. Können Sie wie sie das hat, vorbei. Ich bin nicht von der Bombe getroffen wird. Wer wurde jetzt von der Bombe? Ja, ich bin nicht von der Bombe getroffen. Ich bin nicht von der Bombe getroffen. Ich bin nicht von der Bombe getroffen. Dann sterben die, verdammt. Na, das hat die Bombe getroffen, weil er genau neben mir war. Achso. Was, wenn er neben dir ist? Also, richtig neben mir. Ich weiß, ich glaube, das war ja beginnt. Oh, jetzt hast du mich abgegeben. Und dann. Sind die aber Ruffen besiegen? Ja, dann hast du das. Ah, nein, warte. Ich glaube, das haben sich ja beide besiegt. Und, keine Ahnung, sehen wir mal. Okay, zwei Punkte. Alles. Ja, okay, du hast auch seine Punkte bekommen. Ja. Von 9 Sekunden. 8, 7. Die Zeit geht etwas langsam. Das sind noch keine richtigen Sekunden. Ja, okay. Und, warte, und, tschüss. Ah, wir wollen ja das auch noch mit Pandaman zeigen. Ja, wenn er auftaucht, er taucht nicht immer auf. Ja, okay. Einmal noch. Oh, Mann. Ach du Scheiß, ich hab das nie gemerkt. Ich hab's auch gelesen. Deshalb hab ich's auch erfahren. Ich hab's auch gelesen. Ich hab's auch gelesen. Ich hab's auch gelesen. Achso, du meinst das. Ey. Ja, das hab ich nie gemerkt, du mit Pandaman. Das ist nicht drin. Ja, Leute, Pandaman ist sowas, äh, was Spezielles, weil das werde ich dir auch noch sehen. Wenn. Ja, wenn. Lass die geile Wege doch noch. Ja, vielleicht vergesst du ja später, wo wir waren, wo wir waren, wo wir waren. Ja, okay. Ja, dann kann ich mit Ruffen. Schnell. Das ist auch nicht alles sofort Charaktere, oder? Nein. Ob ich wüsste, wie alles geht. Das ist verschieden, das ist verschieden. Ja, warum arbeitet ihr wie wie mit Korkodell? Ja, ja, seit meiner Arbeit schon mal gewartet. Warum nicht? Ja, nein. Sehen wir mal, wie das jetzt enden wird. War, wie ist das Stärkste bei dir, oder? Nein, ich hab' ich auch einige auf 50, aber ich kann mich auch vermessen können. Der wird auch am meisten... Ach, der zieht voll viel auf bei dem. Du Scheiße. Chopper ist gleich tot. Bisschen... Hat gerade... Ey, da hat doch gerade 100% Donkey Kong gesagt. Was ist das? Der hat, äh, Robin ein. War's der Hase, der gerade Korkodell getötet hat? Weiß ich nicht. Der sah irgendwie zwei gesehen bei mir von... Aber du fielst gerade. Ey, Hase hat ihn getötet? Doch, guck mal, der hat... Der Hase hat sich auch gerade angegriffen, oder? Guck mal, der Hase in die... Und jetzt... Jetzt kommen die ganze... Wird's nicht abhauen. Dieser Sack hat, der Tapoyaki, umsonst, verschwendet. Vergessen, dass die Kämpfer so lange gedauert haben. Ach ja, meine... Weiß noch meine alte Version. Wenn die richtig schnell ging. Ach so, ja. Überprieben schnell. Hast du das letzte Lawine gesehen? Hast du das letzte Lawine gesehen? Die letzte Lawine? Nee, das letzte Lawine. Nein. Nein. Nein, hab noch nicht angeguckt. Das wollte ich extra noch aussparen. Tritt, warte, Triss Chopper, oder? Ja, dann kommt er vielleicht kommt auch noch. Okay, dann so, dann so. Ich dachte, die Attacke ging viel länger. Das macht, wie wir eigentlich da oben. Okay, wir haben den Ball benutzt. Hoppa. Können wir essen? Oh, der sagt ihn. Aber du führst noch von den Punkten her. Ja, ja. Können wir essen? Ich hab was genervt. Ich glaube, es werden mehr Parts sein. Also, bitte. Ey, du hast gerade 100% Donkey Kong gehört, oder? Ich hab nicht zu, dass ich spiele. Ach so, okay. Ich glaube, es werden mehr Parts. Guck mal, es sind neun Minuten vergangen. Wir haben gerade bis zu vier Level oder so. Ist nur ein Geek. Können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen? Guck, warte. Ich hab einige Flüsse nachwiesen. Ist das aber so 50 gebracht? Keine Ahnung warum. Irgendwie wegen Level oder so. Tandine, guck mal, aus diesem... Ach, egal. Ach ja, bei One Piece neun Teil sind die in der zweiten Welt. Also, in der neuen Welt. Ja. Da sind... Ich muss an den Charakter auch wirklich 50 bringen, weil bei einigen Leveln... Ich will ja nur alles zeigen, du sollst es ja nicht schaffen. Ich will das nur zeigen. Ich mein... Du kannst auch hier als Support-Charakter benutzen? Ja. Aber natürlich nicht, wenn ich Raffi nehme. Ach so. Warum nicht? Ja, Klon. Bis die Klonen schadet. Ja, kann ja sein. Bis die Klonen schadet nie. So wie Barton Nussberg. Niemals. Alle gegen mich. Ich mag das am meisten. Sind alle gegen dich jetzt? Sowieso überlevelt, also haben die keine Chance gegen dich. Ja, das ist aber einfach in Level 1,5, ne? Das ist nicht so leicht. Ach so. Die meisten Abonnenten haben die ganze Zeit beschwern, wann geht's mir One Piece weiter? Daran geht's mir mit One Piece weiter. Ich hab's nur wegen, ähm, One Piece. Hm? Ich hab's nur wegen, ähm, One Piece. Ja, sollen sie doch. Deren Problemen. Ich hab' man... Ich hab' ich will noch mal Spaß bei den Videos haben, das ist alles. Das ist mir so egal, was mit den anderen ist. Es gibt ein... Es gibt noch wenige, die meine Videos so mögen. Kennst ihr welche? Dankbestellt. Ja, okay. Ich mach's immer meistens alleine, äh, mach mal Robin. Klatsch. Also, du musst sie jetzt einfach nur besiegen, oder? Ja. Naja, weil die meisten Punkte, ne? Ach so. Warte, wie kannst du, du musst als am meisten... Ja. Es geht doch, das geht nur, das ist doch so, dass du die meisten Punkte haben musst. Tatsächlich, äh, soll ich ihn benutzen, Franky? Äh, nee, warte. Weil, weil Franky muss mehrmals drauf tun, ne? Richtig auch. Ich hab' jetzt viel... Ich hab' jetzt viel... Oh, wie du hast dich so aufgedrückt, weißt du warum? Am Schluss explodiert er noch. Ach so, aber du hast gewonnen, wie sie machen. Ja, locker, ich hab' 6 Punkte. Hör mal Brook einfach einsetzen, ohne Grund. Ja, mach' das zweite. Und dann fliegt er in die Luft. Er stinkt er. Ey, ey, ey. Sie wollen dich echt in der Spielzeit machen sehen. Mann! Was macht er jetzt? Warte, die sind alle perfekt nach rumgekommen, oder? Ja, aber ob ich alle fache? Doch, Mann. Guck, Bartolomäus, triffst du? Ja. Er guckt, er ist einfach so abgehauen, so. Einfach mal Robin. Ja, Robin ist am besten. Wie viele Vollpfosten sind das? Ich hab' jetzt so lange gedrückt. Guck mal. Ja, ich hab' erst noch nichts umgeht. Wieso ist wir über Bartolomäus, Bartolomäus gesagt? Scheiße, nur ein Punkt. Ja, das habe ich sieben. Die haben null, äh, minus eins. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Egal hast du gewonnen. Wemacht? Guck mal was... A lám's? Guck mal was? Guck mal was. Dann mal was. ja das war ein zwischiger als es ist schwer ein wieso wirst du wirst du dann sauber oder wie nein das ist einfach nicht schwierig gibst du was dann sauber noch spiel das ist kein kämpfen das ist so du musst in der luft bleiben oder irgendwie das kann ich dir gleich zeigen ach dieser Hurensohn ich hasse seinen Lachen da sagt man sie ha 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 was macht die Wapola er denkt er gehört jetzt oder für ihr steckst in Piranbande gibt diese eine Zeitvorgabe was muss er machen ich glaube ich muss ihn besiegen ja dann war ich nicht bei mir ich bin einfach auf die Fresse das hat vielleicht was er alles gemacht für dieser Hurensohn hier ist er irgendwie schlanker oder hier ist irgendwie ein bisschen dünner Galavine hat ihn getroffen wenn ich mal einmal schaue das ist ja kein Leben von ihm abgezogen du merkst du es gerade ich weiß kann man bei ihm leben oder ist es überleben könnte auch sein aber ich finde ich daran will kannst du schafft man das ich weiß nicht das ist überleben das überleben sonst wäre kein Essen die ganze Zeit kommen jetzt kommt auch so ein Zufall schlag den Hasen schlag den Hasen schlag den Mund genommen er ist es ist und nicht so betrunkene Buster jetzt kommen wir haben wollen in die Fresse damit er sagt er ist ab hat halt nicht ich glaube nur Verteidigung ja nein so so gibt es so äh Robin ja nein verdammt ja nicht treffen er sollt ja ja hat er jetzt das blockiert schaffst du es noch ihn zu besiegen weiß nicht ich wollte ihn gerade einfach er sagt jetzt nicht seine Spezialtacke ja er trifft in Freyung ach du heilige Scheiße Mann nur so ein bisschen warte sehen wir mal ob du es geschafft er hat trotzdem geworden guck mal abgeschossen abgeschossen ja das hast du es davor schon abgeschlossen ich meine damit ähm das da ich muss also doch überleben ach so das möchte ich damit also würde ich mal denken ja ich natürlich ganz ehrlich geworden ok jetzt wieviel ja 15 und haben wir schon so die ja die ja die ja die ja die ja und die ja ich mach mal das erstmal was ist das denn ähm zuerst mal heißen dann aufreißen dann aufreißen dann ist ein bisschen ja ach nee das ist wie niedriger ich dachte stu ich dachte man kann nur bis stufe 52 aber noch wie sie steht da 52 ja das ist die Schwierigkeitskraft ja ja aber trotzdem ich weiß aber trotzdem das ist unlogisch du musst mal sehen was bei der letzten Hinsicht passiert ja ok sehen wir dann mal das ist keine Paragel bring wahrscheinlich nicht mehr ja 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 buggy ich glaube es wird länger dauern die Parts alle, alle ok nicht wenn die beiden Punkte sind sondern wer stirbt also wer erst stirbt hat verloren ja also wer da am also ich muss jetzt alle schnell umbringen also oder kannst du zurückhalten dass einer übrig bleibt der wenig leben hat und dann verprügelt das ist auch eine gute Taktik ich wusste dass da eine Bombe drin war ich hab mal so eine äh sind schon ne 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 ne